Herzlich Willkommen zur nächsten Dead Island Rift Tide Episode. Ich bin Soeo für Replay Games For You. Wir sind in der letzten Episode endlich hier im Kino angekommen und müssen jetzt... We should resupply. Make sure we have what we need. You don't want to run out of fucking ammunition, when those bastards are closing. We müssen jetzt diese Militärbasis suchen. So, der ist schon mal tot. Zack, zack, zack. Die neue Waffe scheint gut zu sein. Das ist ganz geil, muss ich sagen. So, dann gehen wir uns direkt auf den Weg zu der vermeintlichen Militärbasis machen. Auch wenn das wohl krasser Bullshit sein soll. So wie ich schon den ja gehört habe. Da kommen wir wohl nicht rum. Wir sind mal außen rum. Du stehst wieder auf und töten wir dich erstmal. So, du, komm. Alles klar. Hier soll wohl irgendwie eine Nahrungsmittelkonserve oder sowas sein. doing gut. Oh, freine Nacht. Ah ja ja, ich brachte wieder hier jetzt. Dann ab. Ausdauer, ausdauer bitte. Okay, halbautomatisches Gewehr, das sieht doch gut aus. Wir nehmen wir manchmal mal mit. So, hier drüben ist eine Nahrungsmittel-Konserve. Ohne Frucht. Weiter geht's. Hier sieht man, da lebt doch ein. Okay. Zack. Hier gibt's auch eine Quest, wohl, irgendwie laut Map. Erstmal sammeln wir hier die ganzen Rucksäcke ein. Zack, 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 zack. Perfekt. Da geht's hoch, okay. Okay. Wo kommen wir denn da hoch? Siegelstein, okay. Soll ich ihn da durch? Hier hoch hoch. So. Okay. Alles klar, dann gehen wir mal hier hoch hoch und gucken, was sie zu sagen hat. Okay. Ganz toll, dich auch kennenzulernen. Ja, das war doch von Anfang an dein Plan. Hör, ich brauche ein paar Batterien. Mit der Power out, Batterien sind die einzige Weg, um Dinge zu laufen zu halten. Entstanden? Willst du ein paar für mich bekommen? Ja. Absolut. Das war keine große Wahl. Absolut. Ich wusste, du wärst auf für eine Schmerzen. Das wäre ganz geil. Aber ich denke, wir müssen da irgendwie eine andere Batterie besorgen. Reparieren wir den Shitrad erst mal und gucken, ob wir das noch mal aufwerten können. So, das sieht auch gut aus. Gleich viel besser. So, wie es aussieht, brauchen wir da eine spezielle Batterie. Irgendwie hier in dem Bereich, okay. Sollte es jetzt nicht, äh, allzu schwierig sein, hier irgendwie eine Batterie zu finden, oder? Wir haben sie doch schon, perfekt. Besser geht's doch gar nicht. Das war ja eine schnelle Quest. Jetzt, wenn das alles war, war die ja super chillig. So, gehen wir hier wieder hoch. Geben ihm die blöde Batterie. Oh, mein Gott. Hör, du willst mich doch verarschen, oder? Da liegt ein Bauplan, ey. Okay. Okay. Ja, gut. Fech gehabt. Müssen wir halt jetzt dann noch mehr Zeug sammeln. Blo der Arsch. Wäre ja auch irgendwie ein bisschen zu einfach gewesen, oder? Aber okay. Können wir da wieder rein, oder? Das infizierte Keller. Gehen wir doch einfach mal rein. Just for fun. Gucken, was hier drin so abgeht. Kapitel 9, Brandbekämpfung. Also sind wir auch schon im neuen Kapitel angekommen mittlerweile. Sehr interessant, wie ich finde. Was ist das für ein Keller hier? Ist da irgendwie was cooles drin, oder eher nicht? Okay, so das ist das hier, oder? Okay, so der ist's alles gerne weitergekehrt. Ist nicht mehr so was, oder? Irgendwie. Also geht's mit euch. Okay, wir müssen hier so finden, obwohl da ist noch irgendwo einer, oder? Oh nein, was hat sich da angehört? Die lebt doch noch nicht da. Ich würde sagen, hat sich da angehört gehabt, als wenn da einer kommen würde? Oh hallo, wo seid ihr alle? Was bist du da hinten für eine? Ähm... Wrestler, okay. Was soll immer eine Wrestler ist? Den wir auf jeden Fall zum ersten Markt raus. Irgendwas schluckt hier definitiv nicht so ganz. Oh... Oh... Ist jetzt der zurückgelaufende Wrestler vielleicht, das wäre ganz cool. Oh, ich glaube er wacht ein bisschen. Oh, das war ein Schreier. Das war ein Schreier. Oh, das war auch ein Schreier. Oh, ich glaube er ist ein Schreier. Oh, ich glaube er ist ein Schreier. Nachladen. Die ist auch leer. Ich würde ungern in den Nahkampf mit dem gehen. Wenn ich ehrlich bin. Deswegen würde ich nicht sagen, dass man da ein bisschen wegschleifen würde. Aufladen. Komm, komm, komm. Sehr gut, hier. Perfekt. Wer kommt denn da noch? Oh, wir haben eine König unter Königendrofe bekommen. Okay. Was auch immer die bedeutet. Ich denke, so großartig was sein kann da als Z-Man, nachdem wir den getötet haben. Oh, wer bist du? Okay, du bist leer. Ja. 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 Können wir jetzt hier unten uns umgucken? Nachdem das Kackvieh totes er. Ja. 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 Nein. Ich komme von der Neubegelung an. Ich bin kein Kack. Ah, ich bin kein Kack-Kack. Ich bin kein Kack. Nein. Wir sind ein Kack-Kack. Wir sind ein Kack. Wir sind ein Kack-Kack. Du bist noch da So, du bist aber jetzt auch gut So, gucken wir mal ob hier noch ein Veränderung ist So, du bist tot So, ich denke das waren alle So, sind wir hier noch? Aber hier greichen sie immer noch, oder zwei? Ich bin nicht der Meinung, dass er immer alle getötet hat das letzte mal das greichen aufgehört hatte Irgendwie Das täuscht mich da aber auch nur Okay Oh, und der Lila eine Waffe Oh, was haben wir hier noch? Okay, nein So, da oben auch noch Bam 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 Okay Also diese Kelle lohnen sich definitiv jetzt von diesen Ressourcen her und so, die man da immer kriegt Das war's hier aber, denke ich auch Das war's hier aber, denke ich auch Unseren Ressourcen haben wir ja auch immerhin getötet War ja auch ganz gut Haben wir da auch noch, äh, eine Troffi für bekommen Können wir hier wieder raus Alles cool Duh, 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 duh Duh, 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 duh So, jetzt sollen wir weiter nach diesem Shitfall den Deppen da suchen. Gucken wir mal. Das war völlig geil, Mann. So wie du? So. So. So, was ist denn? So, wo kommst du denn da, Kollege? Wie sehr angerannt kamen, wie die schloppten eher irgendwo aus 100km Entfernung. Unglaublich. Aber er war. So. Wo sind wir denn da hin, hier? Irgendwie 50m in die Richtung scheinbar. ... Rette Kyle. Sehr interessant. Ich bin da bei, ich bin da bei. So. Gehen wir da hoch? Können wir mit dem Bubbeln? Wir müssten den ja gerettet haben. So. Danke. Hier, hol das. Nein, 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 geh auf. Du kannst es haben. Primitive Sichel oder sowas, okay. Geld und Kacke und so. Gehen wir hier wieder runter. Machen wir mal gucken. Irgendwo hier muss jetzt so ein Teil drum liegen. Frage ist wo. Wahrscheinlich irgendwo da unten irgendwie. Wie kann man denn da rüber? Ich glaube da drüben mal eine Leiter, wenn ich das richtig gesehen hab. Was ist da vielleicht? Ja. Okay, hier geht's rum, da ist auf jeden Fall eine Leiter. Gehen wir mal runter in die Hölle, würde ich sagen. Ich glaube irgendwie können wir das vielleicht cooler, wenn wir da runter springen würden oder so. Und da runter zu klettern. Irgendwie so hier. Das hat nicht geklappt. Das geht auch nicht. Gehen wir vielleicht. Wenn wir jetzt mal hier am Ruf glitschen. Auch nicht schlecht. Ah, jetzt geht's. Das war doch ganz gut. Ich denke ich. So, schauen wir mal. Wir gehen hier. Das war hier. Das ist da unten ist oder wo das sein soll. Da bin ich glaube ich gerade nicht mehr so richtig dran das das hier unten ist. Das ist da unten.